hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge das ist 2d of legend Okay. Okay. Oh, dear. Was ist das? Das war's für heute. 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 Noooos. Das war's für heute. 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 Amen. Amen. I was tell- I- I just- Yes, but this- Uh, what- What a- What a- What a- The eternal source is a gift from the god of death, the Wu Chao clan. Why is it occupied by your new one clan? Yilang is nothing more than a bastard child. God has chosen the general as the new king of Wu Chao. Huh? 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 Ich habe bereits... 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 Ich habe... Ich habe bereits... Ich habe... Ich habe... Ich habe bereits... Ich habe bereits... Ich habe... 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 meine Bewohner... Ich habe... Ihr ... Ihr... Ihr... Ihr angefangen... Lege... Ihr... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020